Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go, beziehungsweise ist das überhaupt noch Pokemon Go? Ich weiß es nicht. Ich habe heute eigentlich gedacht, es ist Dienstag, Gewinnspielzeit, Community Day, angekündigt, machst du kein Gewinnspiel, genießt du Weihnachten, sonst was hin und her, aber hey, ist es Weihnachten? Weihnachten. Pupsi ärgert mich immer. Pupsi sagt immer, ich spreche das so komisch aus. Jeder normale Mensch sagt Weihnachten und ich sage immer Weihnachten. Wie redet, wie sprecht ihr das aus? Sagt ihr Weihnachten und betont das I oder betont ihr das A? Weihnachten. Aber das ist ein anderes Thema, also es ist noch kein Weihnachten, heute ist der 22., dann kommt noch der 23., dann kommt der 24., der Heiligabend. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr am 24. immer Bescherung macht. Bei uns war das immer, glaube ich, so 18 Uhr. Vielleicht gab es mal Linsenzubbe oder so, dann gab es zum Mittag, dann war alles langweilig und an 18 Uhr gab es Bescherung. Ist schon seit 100 Jahren nicht mehr so. Bei vielen ist das auch so, dass die einfach am ersten Weihnachtsfeiertag die Bescherung machen, sprich frühs. Die Kinders stehen auf, der Baum liegt in der Ecke, der Adi hat den Baum kaputt gemacht und darunter sind noch ein paar Geschenke verteilt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie das bei euch so ist, wie das Weihnachtsfest abläuft, beziehungsweise die Bescherung. Gerade bei den jüngeren Zuschauern von uns kriegt ihr die Geschenke am 24., nachmittags, abends, mittags, gar nicht. Am 25., am 26., und was ist bei euch das traditionelle Weihnachtsessen? Das interessiert mich auch. Ich kenne Leute, die essen immer, immer Karpfen. Und dann gibt es welche, die, weiß ich nicht, die essen halt Linsenzubbe so, immer zur Weihnachtszeit rum. Andere sagen wieder, Linsenzubbe sollst du an Silvester essen, weil das bringt Glück fürs neue Jahr. Andere essen Silvester und Weihnachten, Weihnachten, Linsenzubbe. Aber wir wollen nicht weiter über Essen reden und sonst was, obwohl ich das, ja am liebsten würde ich jetzt den ganzen Tag darüber reden. Aber das können wir ja mal in einem Livestream oder so noch ein bisschen das Thema aufgreifen. Denn der Weihnachtsmann ist schon da und der Weihnachtsmann heißt dieses Jahr Biala vom Main, äh Biala am Main. Vom, am, 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 Biala am Main. Sprich, der gute Aschaffenburger, bei dem wir waren, der uns eingeladen hat, mich und Pupsi, bei dem wir ein Wochenende verbracht haben, wo es auch den Aschaffenburger, diesen Burger direkt zu essen gab, auch als Ultra Deluxe mit 50 Scheiben Fleisch. Richtig heftige Sache, richtig guter Mann, richtig schönes Wochenende gewesen. Ich träume immer noch von dem leckeren Hotel, von den Biers, von den kulinarischen Köstlichkeiten der Brizza, dieser Brezelpizza. Allem, was man so erlebt hat. Videos gedreht dazu, auch für den Kanal, Rates gemacht zusammen. Grüße gehen raus, Kuss geht raus an Biala vom Main, Biala am Main. Des vom, nicht am. Und der hat mich heute früh einfach angerufen. Ich lag noch im Bett, der hat mich angerufen und gesagt, hey, ich will da so eine Verlosung machen, ne. Ich gehe jetzt gleich los und hole Google Play Guthaben. Ich habe gedacht, was? Wie viel? Was? Warum? Was soll das? Er möchte was zurückgeben. Er möchte was zurückgeben. Biala spielt dieses Jahr den Weihnachtsmann. Und er hat 5 Google Play Cutten besorgt. Mit jeweils 15 Euro drauf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir hatten schon Kollegen mit 5 Euro. Der hat 5x5 verlost. Später nochmal 5x5 verlost. Biala kommt gleich um die Ecke und verlost 5x 15 Euro Google Play Guthaben. Und ihr wisst, wie das abläuft. Dienstag Gewinnspiel. Die Auflösung ist wie immer am Montag. 20 Uhr. Chill mit Ramses. Der Livestream. Und 21 Uhr wird ausgelost. Der Livestream geht 20 Uhr los, aber 21 Uhr wird ausgelost. Wenn ihr also mitmachen wollt und 15 Euro Google Play Guthaben gewinnen möchtet, müsst ihr nur unter dieses Video schreiben. Ich sage euch gleich, was euer Kommentar enthalten muss. Und dann fragt nicht am Mittwoch, hey, wurde schon ausgelost. Am Montag. Das ist im Prinzip immer eine Woche Zeit. Und in diesem Zeitraum können die Leute alle mitmachen. Und die Leute haben Zeit, bis Montag 21 Uhr mitzumachen. Der Stream geht schon um 20 Uhr los, aber um 21 Uhr ist dann die Verlosung. Und es wäre sinnvoll, wenn ihr im Stream anwesend seid und Zeit findet oder sonst was, damit wir sehen, wer steckt dahinter, damit nicht an irgendwelche Fake-Accounts wieder irgendwas rausgeht. Das wollen wir vermeiden. Deswegen Anwesenheit ist wichtig. Und 5 Leute werden ausgelost. Die den richtigen Kommentar geschrieben haben. Der richtige Kommentar. In letzter Zeit machen wir das, dass man das besser zuordnen kann an die Leute. Schreibt einen Kommentar an dieses Video. Mit eurem Trainernamen und eurem Trainercode. Schreibt den Hashtag Biala am Main mit rein. Den habe ich extra hier auf den Bildschirm geschrieben diesmal. Finde ich nämlich genial. Da könnt ihr euch auch bedanken. Äh, beste Aktion von Hashtag Biala am Main oder so. Da fällt der Name wenigstens überall. Schreibt also den Hashtag Biala am Main in euren Kommentar irgendwo mit rein. Schreibt euren Trainernamen und Trainercode. Das ist wichtig, dass man euch zuordnen kann, wer ihr seid. Und dann gebt mir einen kleinen Infotext darüber, wie viel Geld, wie viel Euro habt ihr bisher in Pokémon Go investiert. Beziehungsweise kann man das aus... Es gibt Leute, die haben noch nie bei Pokémon Go irgendwas aufgeladen. Die haben noch nie Guthaben eingesetzt. Sonst was, was ihr an Coins aus Arenen bekommt, das zählt ja nicht dazu. Das ist ja kostenlos. Aber habt ihr euch selbst schon mal über Paypal Guthaben aufgeladen? Oder eine Google Play Card gekauft und aufgeladen? Wenn man das alles zusammenrechnet, wie viel habt ihr schon rein investiert? Oder auch anders gefragt, wenn ihr Geburtstag hattet oder Weihnachten oder sonst was. Weihnachten. Und ihr habt zum Beispiel eine Karte geschenkt bekommen, dann habt ihr das selber ja nicht investiert. Ihr habt das ja geschenkt bekommen, das ist ja wieder was anderes. Aber würde ich interessant finden, wer nicht sagen will, was er investiert hat, weil es ihm peinlich ist oder sagt, es geht niemandem was an, dann sagt halt, ich habe bisher noch nie was ausgegeben. Dann würde das auch passen, ihr müsst es nicht sagen. Aber die, die wirklich das sagen wollen, wir haben ja letztens ein Video gemacht, weil viele immer gefragt haben, wie viel Geld hast du bisher so in Pokémon Go gesteckt? Ich habe das alles mal zusammengerechnet. Alle In-App-Käufe kann man ja nachträglich im Play Store noch anschauen. Und wir sind auf über 3.000 Euro gekommen für das Hobby. 3.000 Euro für Pokémon Go, obwohl es ziemlich ruhig geworden ist in letzter Zeit, muss ich sagen. Früher, sobald das Guthaben leer war, direkt neu aufgeladen. Heutzutage wird das Guthaben kaum leer, weil ich nicht mehr so viel mache. Aber wenn es leer werden würde, ist meistens schon wieder was drauf von Geschenken. Wenn Geburtstag ist, Weihnachten, nee Weihnachten, keine Ahnung, irgendwas hin und her. Das ist das Einzige, was ich brauche, Guthaben, um euch auch was zeigen zu können und bieten zu können. Deswegen schreibt mal rein, habt ihr schon mal was aufgeladen? Habt ihr schon mal Guthaben gekauft oder sonst was? Habt ihr das selber gekauft? Habt ihr das Geschenk bekommen? In welcher Höhe? Diese Info bitte in den Kommentar plus den Hashtag Biala am Main, plus euren Trainer-Code, plus euren Trainer-Namen. Das war es von meiner Seite aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Grüße gehen raus an Biala. Klasse Aktion wieder mal. Jetzt so vor Weihnachten haben die Leute noch was, worauf sie sich freuen können. Wird leider erst am Montag, wie gesagt, ausgelost. Aber vielleicht habt ihr ja beim Jahresabschluss dann noch was davon. Ansonsten fröhliche Scheinejagd. Wir sehen uns in der Spotlight-Stunde heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.